Ja, hi liebe Leute. Heute gibt es mal ein Vlog von mir. Ich weiß nicht, ist das ein Vlog oder ein normales Infovideo. Ich entscheide mich später. Ihr werdet es ja jetzt gesehen haben. Ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar habe ich ziemlich scheiß gebaut, privat. Was mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden ist. Und das fackt mich gerade richtig, richtig ab. Aus diesem Grund werde ich mich der Let's Playerei sehr viel weniger widmen. Ich hatte eigentlich noch ganz viele Sachen im Kopf, die ich jetzt machen wollte, die auch quasi schon anstanden. Also ganz viel interessantes Zeug noch. Aber um ein bisschen Geld reinzukriegen, weil ihr wisst, mit YouTube verdiene ich nicht wirklich genug. Und ich meine, ich reiße mir seit über vier Jahren das Popöchen auf. Und wirklich viel kommt einfach nicht bei dieser ganzen Sache rum. Deswegen muss ich auch mal anders gucken. Es gibt da eine Sache, womit ich ein bisschen, naja, fünfmal so viel verdienen kann im Monat. Und als Nebenverdienste, die sich gerne noch voll arbeiten, das darf man nicht vergessen. Aber es ist alles teuer heutzutage. Naja, vor allem wenn man dann noch scheiße baut, so wie ich. Tja, und da gibt es eine Möglichkeit, was ich tun kann und auch werde, zu dem Zeitpunkt, wo ich normalerweise immer Let's Playa morgens um fünf oder halb sechs. Diese Zeit werde ich jetzt anders nutzen müssen. Und da werde ich wahrscheinlich nur noch dazu kommen, ein Let's Play laufen zu haben. Ein Dauer-Let's Play. Keine Sorge, Wizard World 1 kommt wieder. Wahrscheinlich wird es das sein, dass demnächst nur noch Wizard World 1 einmal täglich kommt und sonst nichts. Let's Watches kann ich auch nicht mehr alle zwei Tage bringen, so wie es ursprünglich meine Idee war. Sondern nur dann, wenn mal gerade zwischendurch ein bisschen Zeit für sowas ist. Zwar habe ich noch auf Lager. Sehr, sehr gut geworden übrigens. Sehr gut, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es kommt außerdem noch ein Let's Play. Co-op Let's Play. Das ist schon bis Ende Juni hinein aufgenommen. Und das wird auch danach weiterkommen. Das kommt nur zweimal die Woche. Da freue ich mich sehr drauf, euch das zeigen zu können, weil das hat echt Spaß gemacht. Und das ist einfach mega cool. So. Beim Rest müssen wir jetzt mal gucken. Es kann sein, dass hier sehr viel ruhiger wird. Aber auf der anderen Seite, so richtig rund geht es bei mir ja auch nicht. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, das nur zur Info. Ja. Tschüss.